Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mass Effect. Hier ist die Goretti und da stehe ich immer noch in diesem Ladebildschirm oder was auch immer das sein soll. Nein, Ladebildschirm ist es natürlich nicht. Ich habe in einer der Folgen irgendwie gesagt, ich hätte die ganze Truppe noch schon zusammen. Es stimmt nicht ganz. Mir fehlt noch einer, den ich hier rekrutieren kann. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir den tatsächlich in die Gruppe holen. Er hat einen gewissen Grund und den werde ich euch dann zu dem Zeitpunkt auch gerne mitteilen. So, ich möchte mitnehmen. Wieso ist Jack ausgewählt? Keine Ahnung, da leuchtet irgendwas Rotes über Jack. Ich möchte aber Miranda mitnehmen auf diese Mission. Zusammen mit Liara habe ich dann wieder mal zwei richtig starke Biotikerinnen. Auf geht's, nehmen wir an, definitiv. Die gute Shepard kann nicht gesteigert werden, aber die kleine Liara. Und ihre Singularität finde ich richtig krass und die werde ich erstmal ausmaxen. Ihre Singularitätssphäre macht mehrere Feinde in einem längeren Zeitraum handlungsunfähig. Also eigentlich nur der Wirkungsbereich. Lass mal gucken, auf drei Meter von einem... Ich glaube, ich werde das Öbere nehmen. Öbere? Dauert der Signularität 45. Machen wir so. Nehmen wir das. So, dann kriegst du noch ein bisschen Warp. Asari, irgendetwas. Hilf Wissenschaftlerin. So, viele Punkte habe ich nicht mehr. Nochmal ein bisschen Warp, ein bisschen Star sind noch sechs Punkte. Die Wissenschaftlerin und das Warp. Sehr gut. Und die Miranda hat auch nur zwei Punkte. Mehr können wir nicht machen. Auf geht's ins Geschehen. Shepard hat ihre üblichen Waffen dabei. Jawohl, Miranda hat jetzt auch die Tempest als MP und die Handkanone M6A. Carnifix. Liara ebenfalls die Tempest und die Carnifix. Sehr gut, Liara. Ab geht die... Äh, nein. Zurück. Zurück. Moment. Ist alles richtig. Los geht's. Tagsüber kochen die Ozeane und zehn Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker? Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang, um Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttle-Bucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. Wir schaffen das, Liara. Wir schaffen das. Und das ist also das Schiff des Shuttle Broker. Aha. Ein gelungener Abwurf. Es ist bei diesen Blitzen schwer zu sagen, aber ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Alles klar, Liara. Ich gebe euch mal ein bisschen Distriptomunition. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Dann suchen wir mal alles ab. Und hoffen, dass wir einen Weg in das Innere des Schiffes finden. Hopp, Shepard. Wartungsdrohnen. Was? Warum greifen Sie an? Sie müssen denken, wir wären Trümmer von dem Sturm. Ja gut, macht ihr das mal. Shepard trifft scheinbar gerade nichts. Egal. Komm mal hier hoch. Ich glaube nicht. Nein. Hier gibt es auch so ein paar Dinge zu finden, die würde ich natürlich auch gerne finden, wenn die Möglichkeit dazu nicht. Geht und tschüss und tschüss. Diesmal war es Shepard. Nachladen. So wie das hier. Leitungskomponenten werden. Ja damit. Das gibt ein paar Credits auf mein Konto. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir erfahren, warum der Shadow Broker unbedingt Liaras tot will. Vorsicht, diese Kondensatoren entladen angestaute Blitze. Danke für den Hinweis. Shepard, schießen Sie auf die Kondensatoren. Alles klar. Die Rennaus nicht. Sie sind unter Kontrolle. Sehr gut. Also auf die Kondensatoren schießen Liara und dann fliegen die Leute quasi alle durch die Gegend. Ich glaube als nächstes treffe ich hier eher auch so ein paar Drohnen bzw. Max. Wir sind aufgeflogen. Das richtige Ausrüsten. Hoppa. Wo? Mach doch. Jetzt kommt's. Ja, würde ich hier auch mal was tun? Die Einzige, die hier schießt, ist Shepard. Also bitte. Das ist gut, dass einer erledigt ist. Lass mal gucken. Komme ich näher ran? Ja. Treffe ich damit auch Liara? Ich weiß es nicht. Augen abdecken. Ja, da fliegt er. Sehr schön. Ich hoffe, ich treffe damit nicht auch noch meine Mitstreiter. Irgendetwas gibt es da. Stabssteuerung, alles klar. Oh, krass. Oh, krass. Das ist Liaras Singularität. Und ich glaube, dass der Knilch weggeflogen ist, lag an Liaras Singularität. Ah, damit räumen wir uns quasi den Weg frei. Alles klar. Treffe ich euch damit. Jawohl. Ich denke, ich brauche hier mal ein bisschen Eis. Na komm, steh auf. Und tschüss. So ist es. So ist es, Liara. Dann müssen wir sie ausbremsen. Oh, warum fällt denn Shepard da wieder runter? Und tschüss. Mit Gesamtvorarbeit von Yara und Miranda. Kommt ihr zurecht, ihr zwei? Seid ihr auch nett und lieb zueinander? Weiter geht's. Der Weg ist noch lang. Ich lasse sie fliegen. Mach das, Liara. Oh. Komm, stirb. Der ist schon kaputt. Oh, tschüss. Sehr schön, dass dein System... Logisch. Leitungskompliment. Oh. Leitungskomponenten. Her damit. Und suchen wir das Schiff ruhig weiter ab. Ach, hier komme ich gar nicht weiter. Aber ich komme jetzt wieder hier hoch, oder? Nicht? Alter. Bist du jetzt kaputt? Was habe ich nur geteilt? Ach, hier geht's weiter. Alles klar. Okay. Nach unten zu sehen war ganz eindeutig ein Fehler. Wieso denn? Wieso denn? Da sieht man doch nix, außer Wolken. Ah, alles klar. Ach, das sind die Menschen. Aber hier sind Logitechs. Logi-Mags. Jep. Wow, wow, wow. Entschuldigung. Entschuldigung. Hat sich der Meck gerade entschuldigt? Sehr geil. So. Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass sich die Mecks auch entschuldigen können. Wahrscheinlich ist er mit einem seiner Verbündeten zusammengestoßen und hat sich dann dafür entschuldigt. Sehr geil. Dieses Schiff ist unglaublich. Es muss Jahrzehnte gedauert haben, das im Geheimen zu bauen. Ich frage mich, was wohl mit den Auftragnehmern passiert ist. Das können wir uns doch denken. Ja, das können wir uns sicherlich denken, Yara. Wow. Nicht wirklich, Shepard, aber er ist okay. Und was ist das? Dann lebt der Güter. Dann lebt der Güter-Shadowbroker wahrscheinlich sehr ruhig. Und auf meinen Ohren ist es gerade eher sehr laut. Und wir gehen natürlich wieder nach draußen in den Sturm. Medizinische Station. Ja, nehme ich mit. Gibt ein paar Credits, weil irgendwie was an Medizin habe ich noch nicht verbraucht. Das klingt doch gut. Jetzt hier wieder hoch. Oder muss ich hier vorne weiter? Nee, da ist Schluss. Alles klar. Wer sieht mich? Ah ja. Nicht wahr? Wenn du mich machen lässt, Yara? Warte. Nehmen wir mal andere Munition für die Gegner. Und hier. Ja, voll. Mach das, Yara. Sehr gut. Yara und ihre Singularität. Das freut mich, dass du nicht kommen konntest zu der Party. Nicht nur Blendgranaten. Die haben auch noch irgendeinen Raketenwerfer da. Yara, wie wäre es mit einer erneuten Singularität? Kannst du gerade nicht? Egal. Wir drücken weiter vor. Sie haben uns gesehen. Wo? Ah ja. Hallo. Und runter geht's. Das war Miranda. Wir kumpeln. Und tschüss. Gut, dass uns die Singularität von Yara nicht erfassen kann. Alter, alter, alter. Was krekt mich dann? Das ist nicht gut. Logimax. Munitionswechsel. Alle erledigt, Yara. Alle. Boah, ich hasse schiefe Bilder. Aber das wisst ihr ja, oder? Mann, ist das Schiff riesig. Ja, ich seh's. Ah, bist du umgefallen. Mal gucken, ob der noch aufdaut. Hallo? Macht nichts. Die kriegt jetzt die volle Dröhnung. Und tschüss, mein Freund. Das war's auch mit dir. Oh, da hinten liegt ja mal einer. Der wäre mir jetzt in den Rücken gefallen, der kleine Sack. Und noch eine Steuerkonsole. Na dann, her damit. Geht es hier weiter? Lass mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Die gucken auch in diese Richtung. Nein. Hier ist es. Weiter geht's. Oh, oh. Meine Munition geht zur Neige. Und da war ein Ruckler. Aus welchem Grund auch immer. Egal, wir haben ja noch eine Pistole. Wir haben noch einen Raketenwerfer. Ärger voraus. Wo? Ah ja. Los geht's. Erledigt. Noch mehr? Rücken wir weiter vor. Feindliche Kampfdrohne. Ich seh's. Ja. Nimm dich. Wow. Jetzt hat Shepard auch erwischt. Verdammt. Mein Ziel ist erledigt. Wirklich? Meins noch nicht. Aber jetzt vielleicht. Ah. Das erwischt mich auch, wenn ich in Deckung bin. Alles klar. Dann lassen wir das mal lieber, wenn wir so dicht dran sind. Nein, da wollte ich doch gar nicht drauf schießen. Noch nix. Dich wollte ich anschießen. Feindliche Biotika auf dem Feld. Alles klar. Ich seh's. Ich seh's, Liara. Warte, die krieg ich gleich die tolle Brücke. Und das war's mit dir. Danke, wer auch immer das war. Einigkeit. Alles klar. Liara ist gerottet gewesen. Jetzt ist sie wieder da. Alter. Ich hänge irgendwo fest. Tschüss. Alter, alter, alter. Hier geht's aber gut ab. Der Shadow Broker hat verdammt viele Soldaten auf seiner Seite. Aber egal, die kriegen wir alle. Und noch mehr Leitungskomponenten. Danke für die 3000 Credits. Dieser Blitzableiter ist auf einer Schiene. Sehen Sie einen Schalter? Ach so. Welcher Blitzableiter ist auf einer Schiene? Ich seh hier so viele. Ah, den meinst du? Alles klar. Gut. Munition ist vollständig. Dann kann's weitergehen. Dann kommt man mit, ihr zwei. Nicht mal ein Geländer. Die Männer vom Broker patrouillieren sich ja gern auf der Hülle. Wenigstens ist der Ausblick schön. Naja, wenn du meinst. So schön finde ich den Ausblick jetzt nicht unbedingt. Aber ist okay, Liara. Da. Diese Luke führt direkt zu den Kommunikationssignalen. Na dann. Auf geht's. Hier können wir auf jeden Fall schon mal das Medigil wieder auffallen. Verschlossen. Moment. Ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen. Damit knacke ich das. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard. Ich bin noch nie in die Basis des Shadow Broker eingebrochen. Zumindest nicht in diese. Okay. Ich hab's. Was ist? Wo sind sie denn, die Feinde? Sind Sie sicher, dass der Schand funktioniert? Sowas ist sogar auf Illium illegal. Garantie war keine drauf. Aber sie haben ihn doch getestet. Da kommen noch mehr. Sagen Sie mir, dass sie ihn getestet haben. Keine Zeit zum Reden. So ist das, Liara. Keine Zeit zum Reden. Danke für deine Singularität. Ja. Nimm stehen. Oh nein. Ich hab Liara auf Miranda getroffen. Alles klar. Das hat wehgetan. Ja, Entschuldigung, Miranda. Entschuldigung. Hallo? Mein Abon. Oh, Farming, weg mit dir. Es dauert bestimmt nicht mehr lange. Wissen Sie noch, früher hat man einfach auf alles Universal-Gel geschmiert. Dieses Sicherheits-Upgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Achtung, es kommen noch mehr. Ah. Ah. Verdammt, wie weit blinken denn diese Blitze? Einer weniger. Lassen. Lasst euch mal näher ran. Komm her, mein Freund. Lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Oh, shit. Alter. Und tschüss. Alter. Warte, lass mich mal in Munition holen. Das ist schlecht. Schön. Leer, äh, Scheppert. Ah, das hat gesetzt. Und vielleicht ist es auch noch Munition. Einer weniger. Feind am Boden. Sehr gut. Ihre Angriffe sind nicht organisiert. Es wäre effektiver, wenn Sie alle gleichzeitig angreifen würden. Bitte geben Sie den Soldern keine Tipps. Hm. Ja, ich weiß, da sind ganz viele von denen. Egal, wir kriegen das hin. Ich muss nur gucken, wo sie alle stehen. Das wird sie umwerfen. Da vorne ist noch eine. Ah, nein. Zu wenig Munition geladen gab. Egal, jetzt aber. Alter, ich... Ich lasse sie fliegen. Ich will da drüber. Geht gar nicht. Perfekt. Die nächste Welle scheint größer zu sein. Man muss ihnen nur taktische Unterstützung geben. Dafür müssen wir uns drinnen um weniger kümmern. Kommen Sie weiter für Sony. Okay. Wer von euch war da? Hier. Oh nein. Wer ist da zusammengebrochen? Schon wieder Liara? Aua. Und noch mehr Drogen. Nein, nein, nein. Shepard, nicht rüber. Spring. Guck dich. Verdammt. Erwischt. Okay. Das ist eine ganz hundsmiserable Deckung. Alter, Shepard, komm. Lauf. Okay, das ist auch eine hundsmiserable Deckung. Wow, das war knapp. Alles klar. Wo sind die denn alle? Der liegt da wahrscheinlich irgendwo und rührt sich nicht. Natürlich liegst du da. Alles klar, Liara dann. Lass uns mal. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. So viele Soldaten, das ist irre. Die Festung ist gut gewacht. Muss man schon sagen. Natürlich kommt noch mehr. Wer hätte das gedacht? Na dann kommt mal her. Macht euch ruhig auf etwas gefasst. Sie haben uns gesehen. Noch mehr von denen. Wie viele Wachen hat der Shadow Broker denn? Hab ich doch gesagt. Städte und halten auf jeden Fall. Hat sich da das erste Mal der Shadow Broker selbst eingeschaltet? Na kommt. Lauft mir ruhig alle in meine Falle. In meine Kugel. In meine Kugel. Schade. Vorrücken. Hallo Freundchen. Und Geschichte. Na dann. Mach mal. Render. Vorsicht. Blendgranaten. Ja, ich hab's gesehen. Tschüss, Petroffel. Und das war's mit dir. Ein bisschen Munitionen wäre nicht verkehrt. Wow, 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 wow mag mir gefallen. Wo seid ihr alle? Hallo, Agent des Shadowgoods. Und tschüss. Sehr gut. Das Spiel hat sich gespeichert. Wo müssen wir hin? Hier gab es jetzt mehrere Wege, oder? Oder ist das hier nur so ein Rundgang? Das ist, glaube ich, nur so ein Rundgang. Gibt es hier irgendetwas abzugreifen? Na, leider nicht. Schade. Aber hier gab es noch ein wenig Munition. Das mag mir gefallen. Irgendwo musst du doch stecken. Ah, alles. Alles klar. Viara, hast du was mit Farron? Oh, 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 oh. Und ran. Warum bewegt er sich nicht? Macht nichts. Macht nichts. Die letzten Kampfhund ein. Du wolltest nicht aus der Deckung daher schießen. Vergiss es. Okay. Und wieder ist Liara zusammengebrochen. Das macht mir nicht gefallen. Liara, komm wieder. Los geht's. Komm raus. Komm raus. Okay. War es das mit euch? War es das mit euch? Ich glaube, ja. Medikips. Sehr gut. Schade. Nur eins. Einmal Speicherpunkt. Das wäre mir ganz lieb und recht. Kohle. Tür umgehen. Na da, mal los. Darf ich das nochmal probieren? Ich glaube, ja. Oh, Mann. Jetzt stehen sie alle nebeneinander. So für Dovis wie mich, ne? Sehr geil. Farron. Liara. Halt durch. Wir holen dich hier raus. Nein. Farron. Was zum Teufel hat der Broker bloß mit Ihnen vor? Die Maschine reagiert darauf, wenn man daran herumspielt. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn Sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Ich weiß nicht. Aber nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt doch wieder raus. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut neue. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Es ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Sagen Sie uns, wo wir hin müssen. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zum Außenposten zählen. Alles klar. Sichtkontakt herstellen. Ziele markieren. Wo kann ich mich anlehnen? Oh ja, danke. Feinde vor uns. Vorsicht, Ländgranaten. Das hat wehgetan. Oh, verdammt. Ich sehe nichts. Wieso? Wo bin ich denn jetzt? Da sind die Gegner. Na los, kommt raus. Tschüss. Noch mehr Blendgranaten. Vorsicht, Yara. Und runter geht's. Alles klar. Kommen noch mehr? Oder war's das jetzt hier? Mit Farron reden. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, wir haben alle erledigt, die uns der Shadowbroker auf den Hals gejagt hat. Jetzt fehlt nur noch der Shadowbroker selbst. Wo muss ich hin? Alles klar. In diese Richtung, ja? Und ich dachte, ich wäre schon da, beim Shadowbroker. Aber der scheint sich gut verschanzt zu haben, der Mann. Ja. Aua. Aua. Ein Ziel ist erledigt. Ein Ziel ist erledigt. Broker hinein. Ja. Denn diese Folge ist schon eine halbe Stunde lang. Und ja, ich weiß, es ist wieder ein fieser, gemeiner Schnitt mittendrin. Aber dann wäre es fast eine Stunde Aufnahme unter Umständen. Und das möchte ich euch nicht antun. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an der Folge. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020